Hallo zur GamePro Monatsvorschau für den April 2016! Gleich am 1.4. erscheint mit Knights of Azure ein typisches Japano-Rollenspiel. Wer das mag oder sich einfach mal an was Ausgefallenem versuchen will, wird an der Geschichte um eine mit Dämonenblut infizierte Kämpferin, die Monster beschwören kann und die Welt vor der Dunkelheit retten will, sicher seinen Spaß haben. Quantum Break, der Zeitmanipulations-Shooter der Max Payne und Alan Wake Erfinder, gehört zu den wichtigsten Exklusivtiteln für die Xbox One und beeindruckt neben seinem tadellosen Gameplay und der phänomenalen Technik auch durch die Verwebung von Spiel- und Realserie. Action-affine Xbox-Besitzer kommen am 5.4. nicht drumherum. Vom italienischen Rennspielentwickler Milestone kommt am 8.4. die Fortsetzung MXGP2, das auf der 2015er Lizenz der FEM Motocross World Championship basiert und alle offiziellen Fahrer, Strecken und Motorräder der vergangenen Saison dabei hat. Außerdem gibt's einige erfundene Indoor-Strecken als Abwechslung zu den schlammigen Real-Pisten. Ebenfalls am 8.4. kommt das zweite Japano-Spiel für diesen Monat. Nitroplus Blasters Heroines Infinite Duel ist ein 2D-Prügelspiel im Stil von Street Fighter, allerdings nur mit Mädels und eine ganze Ecke abgedrehter. Highlights sind der Tag-Modus für sechs Spieler und die bildschirmfüllenden Special-Moves. Am 12.4. ist Freudentag für Zahnärzte. So viel Zähneknirschen wie der dritte Teil von Dark Souls verursachen wird, kann nicht gut für den Zahnschmelz sein. Abgesehen davon, wer auf beinharte Action-Rollenspiele steht und gern mit den Zähnen knirscht, wird mit Dark Souls 3 im siebten Himmel sein. Am 20.04. bringt Sony mit Ratchet & Clank das Spiel zum Film zum Spiel in die Läden. Der Neustart der altehrwürdigen Ratchet & Clank-Reihe basiert auf der Kino-Verfilmung der Hüpfspiel-Serie und schickt euch durch Neuinterpretationen bekannter Levels, überarbeitete Steuerung und brandneue Gags inklusive. Mit Dungeons 2 bringt Calypso am 21.04. eine Variation des klassischen Dungeon-Master-Spiel-Prinzips für die PS4 in die Läden, allerdings mit einem Hauch von Warcraft 3. Ihr betätigt euch in dem Spiel als Dungeon-Architekt, der dem absolut Bösen nach einer Schlappe gegen die Mächte des Guten wieder auf die Beine helfen soll. Am 22.04. dürfen Nintendo-Fans wieder mit Fox McCloud das Lylat-Sonnensystem verteidigen. Die Entwicklung von Star Fox Zero gab Nintendo zwar an Platinum-Games ab, doch abgesehen von ein paar Gamepad-spezifischen Bewegungssteuerungsänderungen fühlt sich das Spiel an wie der heiß geliebte N64-Serienteil. Mit Fairy Fencer F Advent Dark Force gibt's am 22.04. ein weiteres Japano-Rollenspiel. Dabei handelt es sich um die erweiterte Version des PS3-Originals mit neuen Charakteren und erweiterten Storysträngen. Zusätzlich wurde auch das Kampfsystem überarbeitet, sodass jetzt sechs statt drei Charaktere antreten. In Japan haben die Yokai bereits die Pokémon an Beliebtheit übertrumpft. Bei uns feiern die asiatischen Geisterwesen am 29.04. auf dem 3DS-Premiere. Das Spielprinzip von Yokai Watch ähnelt mit dem Finden, Sammeln und Duellieren der Yokai frappierend den Pokémon. Allerdings ist es hiermit einfach nicht getan, sondern man muss durch besondere Aktionen Freundschaft schließen. Das letzte Spiel in unserer Monatsvorschau für den April ist die Landwirtschaft 2017 am 29.04.2016. Ein Spiel, das offensichtlich im Fahrwasser des populären Landwirtschaftssimulators mitschwimmen möchte, doch irgendwie bezweifeln wir, dass es auch nur annähernd in die Nähe der zweifelhaften Güteklasse des Originals kommt.